Eis, hast du noch mal Bock auf ein Dings? Auf eine Wette Eis? Hast du noch mal Lust auf eine Wette? Ich schlag dir was vor. Ja oder nein, Eisbeserker? Welche Wette? Die Wette ist, 250k plus Spieler, machst du das Pack auf? Nein, anders, anders. Kriege ich einen 300k plus Spieler, machst du das Pack aus dem Shop auf und wenn ein Hero kommt, der mehr als 150k wert ist, dann machst du auch noch diesen Player Pick. 300k plus Spieler. Okay, wir machen das. 93 plus, Scheibschifter, Tots, Dingsbums Pack hier. Wir machen Stats Reveal. Let's go. Ist es Van Dijk oder so? Van Dijk, glaube ich. Ja, Van Dijk. Aber Ausdauer ist nicht gut irgendwie. Ah, das ist Müll. Das ist Müll. Oh, ist jetzt nicht gut, aber auf den habe ich eigentlich Bock zu spielen. Oh, das sieht besser aus. Oh nein, das sieht sch*** aus. Das könnte, das könnte ein krasser werden, oder? Nee. Ich glaube, das ist aber ein Shapeshifter. Nee, ist ein Tots. Ist das ein Kuh? Alter, ein Kuh-Kuh. Auch noch 380k. Eins. 300 plus Spieler. Eins für Säcker. Hater. 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 Lass ein. Mach die Party auf. Mach die Party auf, Eis. Mach die Party auf. Hier, einen haben wir noch. Okay. Das ist Müll. Ich bin ehrlich, das ist Müll. Ja. Ey, aber ich bin zufrieden, Digga. Ein Kuh-Kuh ist big. Win, Junge. Ja. Leber kann ich mir sonst auch kaufen. Alter, eröffnet einfach. Ich dachte, wir machen Stats-Reveal-Eis. Eis. Nicht wundern. Heroes werden erst später angezeigt. Hinten dran. Äh? Ah, äh. Philippe. Also, ein Dings hast du schon mal safe. Wir können noch ein Yay. Bitte. Oh. Ich hab dir gesagt, Eis. Ich hab's dir gesagt, Eis. Ich stehe mit meinem Nampf zu diesem Peck. Du kannst mir vertrauen. Wenn ich dir sage, mach Peck, mach Peck. Ja, wir spielen das Team hier heute. Im Kuh-Kuh haben wir jetzt hier drinnen. Er hat mir ja gezogen. Ähm, Giorginio hab ich mir gekauft. Guter Preis eigentlich für die Karte. Ansonsten, Chiellini, Rum-Dias. Die beiden besten Innenverteidiger momentan meiner Meinung nach. Ja, wir greifen mal die vierten Sieger an. Gucken, ob das was wird. Am Ende kommen wahrscheinlich eh neun Sieger bei Rum. Ich seh's kommen. Aber ja, gehen wir rein. Let's go, Kroik. Du bist der King. Und raus. Raus, mein Freund. Let's go. 9-2, Alter. GG. Ich hatte es also geschafft, 9-2 zu stehen. So gut stande ich lange nicht mehr. Und dann passierte das hier. Ah, sieht auch krass aus. Geht aber noch. Ah, er hat mich gef... Guck mal, jetzt wieder. Hey, was machst du da noch immer? Let's go, Kroik. Unlucky. Unlucky. Das Spiel haben wir dann auch wieder verloren. Nach der doppelten Niederlage sollte dann auch das hier passieren. Hey, ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Der geht weg. Dieses Spiel habe ich daraufhin dann verloren. So sah ich dann aus, als ich realisiert hab, dass ich von 9-2 auf 9-6 gekommen bin. Und dann kam dieses Spiel hier. Und das hat mir wirklich den Rest gegeben. Ja, in dem Moment, wo ich sowieso so im Rage bin, kommt dann einfach ein Disconnect rein. Das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Alter. Wirklich. Oh. Dann hab ich jetzt nicht gerechnet. Warte mal. Digga, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, das war verdient. Das ist dann auch einfach verdient. Oh mein Gott. Ach, Bruder. Ach, Bruder. Das ist so krass. Das ist so krass. Schauen wir uns nachher mal in der Wiederholung an, wo ich hingepasst hab. Ach, gut. Gut. Gut, gut. Das ist doch ein, 구al. Okay. Das ist so krass. Das ist krass. Oh. Das ist einfach ein Witz. Kann ich sehen, wo ich hingepasst habe? Zeig dir mir das an. Guck mal. Guck mal. Bitte. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. Guck mal, wie er korrigiert. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, die korrigieren dich. Und dass ich das aus irgendwas sage, als Ausrede oder so. Guck mal, wo ich hinpasse. Und deswegen habe ich mich auch so aufgeregt bei dem Tor. Weil es keinen Sinn macht, dass der Ball auf Sonnen kommt. Guck mal, wo ich hin will. Ich will da auf Zidane. Guck mal, er korrigiert ihn. Guck mal, da, wo ich... Schau mal, schau mal, schau mal. Er macht den Ball am Fuß. In dem Moment bin ich immer noch auf Zidane hinten. Und plötzlich korrigiert er ihn innerhalb von einer Millisekunde rüber auf Jorginho. Und dann kriege ich natürlich das Tor. Und nach all dem Zirkus, der auch noch ein bisschen weiter ging, endete das Ganze dann so hier. Macht ja auch gar keinen Sinn so. Ah, natürlich geht er rein, ja. Krass. Krass, das verliere ich gegen den. Überleg dir das mal. Was hätte das für eine Quote gehabt bei Tipico? Bei dem Stand von 9-2. Dass ich hier auch aus dem 10-10 mache. Ja, damit hättest du aussorgen können mit der Quote. Gut, machen wir die Rewards auf. Macht kein Stats-Review heute. Vielleicht bringt's Luck. Ey, Blauwitsch. Uh, 50k-Pack. Achso, 10-10 kann ich hier auch einmal einstellen. Marco Reus im ersten Pack. 100k-Pack. Walkout. So noch rüber. Drei Walkouts, gutes Pack. Nehme ich mit. Weiter. Alter, alter, alter. Ciao, ciao. Anything more than this. It would be to push my luck. I guess it's in my nature. To give up, I don't give a fuck. Ciao, ciao. Hier war's mal. Bunu Romousie an. Auf geht es on. LevelTomom resolve. Vorab, Ersens. Auf geht's. Ich effe.